Hallo und Willkommen auf meinem Kanal. Yo Leute, ich bin der Max Rathor und auf meinem Kanal könnt ihr Gameplays und natürlich auch Tutorials sehen. Wenn ihr einfach mehr sehen wollt, dann schaut euch einfach auf den Kanal vorbei. Jetzt rechts oben oder rechts unten wird jetzt nochmal das Kanal-Banner angezeigt und ihr werdet weitergeleitet. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei den Videos im Hintergrund, wenn ihr sehen wollt, dass ein paar kleine Gameplays, Tutorials einfach mal zusammen geschnitten für euch. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und dann bleibt mir einfach nur noch zu sagen Tschau Leute! What? Be.. Be.. Toottso das hat der type die Person genannt im ernst Ich würde mal sagen, der Typ braucht dann ein Haustier. Ich finde das Tutorial. Ja, heute geht's um Katronen. Es ist doch so einfach, Alter. Im Hass. Ganz einfach, haben wir beide gespielt. Mami. Wird schon wieder schwerer. Es fahren beim Rennen anfangen. Macht euch klüger, als ihr wirklich seid. Ha. Ja, das ist scheiße. Ich werde mal eins. What? Alala. Ah. Heck, Gott. Heck, Gott. Ich bin so ein Haustier. Ah, ich bin so ein Haustier. Mann, was? Sound. Und los. Der ist so krank. So viel besser als ich. Mein Gott. Kann auch jetzt die Fasernwasser durchfragen. Und wir kommen bei Call of Duty Online. Äh, nee, Call of Duty Advance. Jetzt wollte ich schon mit Call of Duty Online anfangen. Nein, wir spielen Call of Duty Advance. Und natürlich Team Life Match. Weil es einfach mal geil ist. Und dann haben wir schon den ersten Assist uns geholt. Und kommen natürlich von der Seite direkt. Das ist ja so. Hallo Leute und willkommen bei Call of Duty at 1-2-FIRE-ZONE-FIR-ZONE-FIR-ZONE. Spielen auf der Map. Da gibt es hier etwa auch so dazu. Ist auch tot. Wenn ihr sagt, ach der Kanal gefällt mir doch, dann unterstützt mich doch mit Gameplays oder Microfoot Map. Alles weiter findet ihr in der Infobox. So.